Giger mit einem schnellen Start, läuft schon auf Bello auf, auch Umer macht schon Boden gut. Halbherr mit einem riesen Sprint, Halbherr versucht wahrscheinlich die erste Position zu nehmen. Es ist Halbherr gegen Giger. Wer kann als Erste auf die zweite Runde einbiegen? Es ist Giger, die das noch kann. Halbherr auf Position 2. Umer kämpft um den Windschatten hinter Giger. Halbherr jetzt geschlagen. Kann Halbherr ihre Position gegenüber Bello noch verteiligen? Vorne Giger. Umer auf Platz 2. Hinten Halbherr gegen Bello. Giger zieht vorne weg. Bello kommt noch einmal auf. Halbherr ebenfalls. Es geht um 53, 66 für Jasmin Giger als Siegerin. Ganz klar ist auch Fanet Umer auf Platz 2. Aber wer wurde Dritte? Ist es Cornelia Halbherr oder ist es Rachel Bello? Ein riesen Duell um die Bronze-Medaille. Während wir hier noch die zweite Runde sehen. Cornelia Halbherr, die liegt immer noch auf der Bahn. Sie ist ziemlich benommen. Ist es vom Sturz oder war es von der Vorausgabung?